hallo hallo war mein name der war wie gesagt geht hier jetzt nicht an oder ja werden wir sehen derjenige der medizide heute gehabt der weiß was drauf ist das ist ein screen von vorher schauen ob jetzt was gleiches drauf oder was anderes die ich habe die doppelklick sind die sehr pika das windows ist scheinbar oder und ihre cd haben jetzt auch gesehen was drauf geht nicht auf wenn sich immer mit haken auskennt da kann der gerne kommentar in die kommentare schreiben oder auch so was ihr da tun hätte also danke hier steht drauf scheinbar ist ja gar nicht meine funktionieren aber ja usb dinge habe ich zwar aber da geht auch nix dumm bahn ist ja das war jetzt für die weiteren der herr becker war kennt das turett dumm bahn dumm ist bei mir 24 stunden seit 2017 und video wird beendet danke tschau tschau wenn sie antworten habt danke oder fragen könnt ihr gerne fragen